Moin aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. So, wir müssen mal gucken. Wir wollten mit ihm ja noch ein bisschen was machen. Wir wollen ja seine Bestreben machen. Auf dem Spielturm, wenn verspielt. Okay. Jetzt ist er schon wieder eingepennt. Reparieren. Wo ist denn der? Ach, da liegt er auf dem Bett. So. Ich möchte seine Bestreben alle komplett fertig haben. Das ist so ein cleveres Kind. Der hat, glaube ich, sein Töpfchen nie benutzt. Kann das sein? Der hat immer in der Pampers gewinert. 17. Speicherkarte. Okay. Maman sitzt an Svens Computer. Hallo Mama. Hat sie kontrolliert, was ihr Sohn so macht, ja? So, und danach kannst du mal ein Spiel spielen. Tastenkommandant. Was auch immer das ist. Mal gucken, ob wir dich verspielt bekommen. Da ist er glücklich. Da ist er wieder traurig. Was hast denn du für ein Problem? Sozial niedrig. Meine Computer haben sie mehr als genug im Haus, ne? Das muss man ja mal so sagen. Das ist Level 2 der Videospielefähigkeit, okay? Level 7 der Motorik. Da fühlt er sich unwohl. Ich würde gerne mit dir auf das Klettergerüst gehen, Mann. Was machst du denn da? Warum fühlst du dich unwohl? Weil... Schlafmangel. Na ja, er zockt ja auch schon seit Ewigkeit. Ich kenne das. Das ist wahrscheinlich ein Spiel, was süchtig macht oder so. Wie kann das sein? So. Der schläft. Dann können wir dir unsere beiden Senioren noch mal ein bisschen ärgern, glaube ich. Ausdauerlauf. So, Ausdauerlauf. Und du. Ebenfalls ein Ausdauerlauf. Die sind gleich beide platt. So, deine Bestreben werden wir nicht mehr schaffen. Deine aus irgendeinem Grund auch nicht mehr. Bei dir kommen wir auch nicht weiter. Zweifel, Abredung. Das könnten wir noch hinbekommen. Der ist jetzt da. Okay. Die E7 der Fähigkeit sozial. Energie geladen ist er immer noch. Verspielt wäre mal nice, Junior. Verspielt wäre mal schön. Wie kriegen wir den denn verspielt? Eingeschlafen, was? Steht da sogar eingeschlafen. Warum ist hier eigentlich ständig alles kaputt? Ihr Hafensänger. Heile machen. Und du. Alles verkaufen. Machst du echt nur die eine Pflanze, oder? Levelaufstieg. Okay. Wie soll ich denn Pflanzen veredeln? Verwälbte Pflanzen entsorgen. Klicke auf eine Pflanze und wähle veredeln. Okay. Kann ich nicht. Okay. Samenkaufen. So, pass mal auf. Wir machen Blumen für Einsteiger. Eine Packung. Fertig. Dann. Pflanzen. Gänseblümchen. Und. Pflanzen. Gänseblümchen. So. Und. Düngen. Gänseblümchen. Und. Düngen. Gänseblümchen. Klicke auf eine Pflanze und wähle veredeln. Sims können die Interaktion freischalten, indem sie ihre Gartenfähigkeit verbessern und von verschiedenen Pflanzen Ableger nehmen. Ja, aber wie soll ich denn hier Ableger nehmen? Saal bei ernten. Mehr Auswahl. Ableger nehmen. Ah. Mehr Auswahl. Ableger nehmen. Okay. Veredeln. Ah. Und hier. Mehr Auswahl. Ableger nehmen. Zack. Noch mehr Ableger nehmen. Dann kannst du. Saal bei. Und hier auch veredeln. Dann haben wir die auch fertig. Die haben wir nicht. Warum geht das nicht? Mehr Auswahl. Okay. 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 Wir brauchen einen Ableger. Ja, Rechnung. Will die irgendjemand haben? Rechnung bezahlen. Kann ich hier was von nehmen? Alle gießen. Ja, dann muss ich jetzt erst ins Bett gehen, aber... ...können veredeln auf jeden Fall schon mal. Das ist schon cool. Pflanzen, Gänsebühmchen. Ja, dann schlaf doch erst zu Ende, Mann. Was soll das denn? Verbindung ist eben. Schalte was? Keine Ahnung, die Info ist weg. Auswahl. Ableger nehmen. Wo war das mit dem Ableger? Mehr Auswahl Ableger nehmen, genau. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Dann schlaf erst, ganz ehrlich. Daniel Elektroniker. Ja, mag er. Kann er hören. Mag er wahrscheinlich so Energie. Nadja schläft. Soziale Medienstatus. 3.350 Follower. Ja, die hätte ich auch gerne. Nicht mal ein Drittel davon. Auswahl. Ableger nehmen. Wir ärgern sie jetzt richtig. Was hast du gemacht? Mehr Auswahl Ableger nehmen. Okay. So, nimm mal Ableger. Veredeln. Und das da auch veredeln. Jawohl. Ach komm, Baby, tu mir den Gefallen. Veredeln. Dann haben wir nämlich deine Bestreben geschafft, weißt du? Cool. Jetzt können wir erstmal wieder laufen lassen, oder? Was ist mit ihm? Der ist immer noch glücklich, weil er Hausaufgaben macht, oder wie? Alter, Zusatzaufgaben abgeschlossen. Freiwillig. Jo. Da sagt noch einer, der wäre faul, ne? Oh. Der spricht mit Pflanzen. Naja, warum nicht? Oh. Business Carrier ist eingetroffen. 256, naja. Dünn. Welchem Level bist denn du überhaupt? Aber, liebe Leute, ich glaube, wir lassen sie für heute in Ruhe. Die hat genug gelitten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und dann schauen wir mal, ob wir sie auf Level 6 bekommen, was wir machen und wie auch immer. Und in diesem Sinne sage ich erstmal, ciao, ciao, bis morgen. Macht's gut. Tschüss. 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 .